Hallo liebe Urlaubssuchende aus Leipzig, hier ist das Tui Travel Star Reisebau Bachmann. Viermal ganz in ihrer Nähe, einmal hier am Flughafen Leipzig-Halle, dann im Zentrum in den Höfen am Rühl, in Grünau am Pep Center und im Poundsdorf Center. Für alle, die den Sommer verlängern wollen, haben wir zurzeit tolle Angebote. Und aktuell kann man jetzt buchen, zum Beispiel Hotels kinderlos, also diese Adoles-only-Hotels, die wirklich absolut Trend sind, wie Sensima Calypso, für zwei Wochen schon 1.390 Euro zu haben, auf Fuerteventura, wunderbar. Wir haben aber auch das Gegenstück, nämlich familienfreundliche Anlagen mit viel Los, Club-Anlagen, wie zum Beispiel Magic Life. Da haben wir den Magic Life in der Türkei, das ist der Magic Life Bellic, für 940 Euro, zwei Wochen all inklusiv. Ich kann Ihnen anbieten den Robinson Club in Agadir, zwei Wochen den Sommer verlängern für 1.848 Euro, zwei Wochen lang in Marokko, so schön am Atlantik-Strand. Und ja, Robinson all inklusiv, sehr umfassend, tolles Sportprogramm und sehr gute Küche. Für alle, die gerne in die Ferne reisen wollen, haben wir das Sensima Calac, zwei Wochen für 1.134 Euro mit Frühstück. Da kann man ja so günstig essen gehen, am kilometerlangen Strand von Calac können Sie natürlich auch bummeln, flanieren. Da gibt es ein kleines Ortszentrum, wo Sie dann schön essen gehen können, so günstig. Massagen am Strand, sehr preiswert. Ich glaube, 10 Euro die Stunde. Wen es in die Karibik zieht, im September, zwei Wochen ins Rio Bacchata, 1.224 Euro, Karibik-Feeling pur. Rio Palace Punta Cana, zwei Wochen Karibik-Traum am Traumstrand. In Punta Cana, schneeweiß, kilometerlang, ich glaube 20 Kilometer, und dann geht er um die Ecke nochmal 20 Kilometer los. Feinweiß, flach abfallen, krumme Palmen und das für 1.661 Euro, dieses Fünf-Sterne-Hotel für zwei Wochen genießen. Auf nach Jamaika, tolle Atmosphäre im Rio Ojos Rios, 1.832 Euro für zwei Wochen Jamaika erleben. Ja, Adels-Only-Hotel, endlich mal in Ruhe entspannen. Ein kinderfreies Hotel, das Tui Sensima Lindos Bay, viereinhalb Sterne, zwei Wochen den Sommer verlängern für 896 Euro mit Halbpension. Den Sommer verlängern nochmal mit Fünf-Sterne-Hotel im Tui Sensima Oceana Palace, ein Adels-Only-Haus für 966 Euro mit hervorragend All-Inklusiv am schneeweißen Strand von Hammer mit. Ja, liebe Leipziger, gerne beraten wir Sie ganz individuell und geben Ihnen eine persönliche Empfehlung zu Ihrer Wunschreise. Machen Sie einen Termin, kommen Sie vorbei in unseren Filialen, ja, wir sind ja viermal in Leipzig, eben Poundsdorf Center in den Höfen am Brühl, in Grünau am PEP-Center und natürlich hier am Flughafen Leipzig-Halle. Vielen Dank. Vielen Dank.